Und denen, die ernsthaft glauben, sie wären so eine Art Widerstandskämpfer, weil sie Frauen und Kinder in einem Bus zum Heulen bringen, denen kann man eigentlich nur noch zurufen, Fickt euch! Nichts Argumentan hören, einfach nur Fickt euch! Und wenn ihr damit fertig seid, dann Fickt euch gleich noch mal! Und wenn ihr damit fertig seid, dann Fickt euch noch mal!